100 Jahre erst unter Tage gebrochen und gefordert bis ins Jahr 1883. Dann war hier Fluss. Die Gründe lagen hauptsächlich in der Verhüttung, die in Schönheim stattfand. Man hatte hier nur Holzkohle als Verhüttungsmittel zur Verfügung und die war dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht mehr konkurrenzfähig. So revieren die schon steinkohlen. Da ging alles deutlich schneller, Qualität war besser. Und deswegen hat dann auch der letzte Besitzer hier ein reicher Ludwig von Lienand daraus die Konsequenz gezogen und Bergwerk und Hütte stillgelegt. So war dann im Ende des 19. Jahrhunderts eben dann hier der Bergbau zum Verliegen gekommen. Still war es dann um dieses Bergwerk geblieben, bis dann in den 70er Jahren Notweiler Bürger sich wieder an dieses technische Kulturdenkmal erinnert haben und in tausenden freiwilligen Arbeitsstunden das wieder so eingerichtet haben, wie sie es jetzt kennenlernen. Und durch diesen Einsatz konnte die Gemeinde Notweiler im Jahr 1977 hier dieses Besucherbergwerk eröffnen, den St. Anna-Stolm. und den möchte ich jetzt mit Ihnen gemeinsam befahren, auch wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Denn unter Tage fährt man grundsätzlich und Frau auch. Und warum die Bergleute fahren, das klären wir noch auf. Ich zeige Ihnen jetzt mal die Lagerstätten, wo die Ärzte gebrochen wurden und da können wir uns weiter unterhalten. Hallo. Hallo. Quatsch, die Posse. Die waren die Potsche, die Lohi. Die haben die Potsche. Vielen Dank. Vielen Dank.